ja willkommen mein Name ist Daniel Rölpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play, äh, Street Fighter, mein Gott, ja, Street Fighter 4, die Akaid Edition, ja, ist ein bisschen lange, Entschuldigung, und ja, meine letzte Aufnahme, die ist jetzt ein paar Wochen her, allerdings werdet ihr die nicht sehen, weil, ja, weil ich da so dermaßen abgelost habe und so, und, upsala, ich muss kurz an mein Mikro kommen, und dazu wollte ich euch zumuten, weil ich irgendwie wieder zwei Stunden an einen Gegner gebraucht, äh, das war noch nicht mein letzter Gegner, also Seth, falls der immer der letzte Gegner ist, und da hab ich mir gedacht, hm, vielleicht bin ich nicht so gut in diesem Spiel, aber ich bin ein Krieger, und Krieger haben auch mal klein angefangen, deswegen hab ich mal auf leicht gestellt, haha, bin ich nicht gut, dann hoffen wir mal, dass ich es jetzt ein bisschen schaffe, soviel dazu. Okay, dann beim letzten Mal hab ich versucht mit Ibuki zu spielen, und dann machen wir jetzt auch weiter. Nehm, keine Ahnung, nehm, nehm, und Yashinjo. Ich weiß übrigens, wie man die Ultis jetzt macht, haha, diese ganzen vier Knöpfe und, achso, ja, ne, ich hab mal die Knöpfe. Ja! Ja! Sollte oh gott wir sind auf männersuche natürlich also wenn alle charaktere und anime in farben dann bin ich dann gar nicht mal so schlecht hallöchen klar die witzfigur des speed fighter universums was er lange nicht ein bestimmter gegner kommt ist ja eigentlich nicht so schlecht sie okay gut zu wissen so gucken wir mal jetzt ist das schon wieder alles vergessen ich habe ein bisschen trainiert vor ein paar wochen habe ich alles wieder vergessen äh da haben wir denn hier ist bestimmt so er ist bestimmt kunai in der luft schlagen okay so die kurze diese diese z-move den ich nicht beherrsche neckbreaker ok leider in die andere richtung kasumi kasumi garke katsukiri so nur die also irgendwie alles ja da guck ich gar nicht erst nach der ultrakombo ja shinjo habe ich genommen also okay ja die ganzen schlag und tritt tasten sind alle auf einen knopf gelegt das wusste ich nicht auf r1 und r12 habe ich jetzt geliehen und ich hoffe das ist gut genug dann kann ich noch das ist so okay ja da wird wieder ein spaß von dem spiel das ich verstehe ich nicht warum ich das machen schon ein angriff ja 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 und l21 und so weiter sind alles sehr irgendwie so knöpfe wo mehrere schlag oder trittasten drauf sind weil ich die benutze und meine technik dann werden die ein bisschen stärker leuchtet so wenn die ein bisschen stärker habt ihr alles verstanden ja erkennt euch alle aus ich bin eigentlich nicht kann sein gesicht auch verdammt die helft der zeit übrigens nicht was ich mache auch wenn es professionell aussieht naja wenn ich so ein ding einsetze dann bin ich ja so nieder wenn ich zum spezialtag einsetzern verbrochen hier so ein combo die blauen dinger bist du okay hallo dass du mich vor je erst weggetreten na sowas also ein bisschen übung mit dem buch hier also hoffe ich rufus die big bang typhoon genau ob das was wird man das schien so sexy mann man hört mich ja auch hat er so angerollt ich verstehe nicht warum die diesen einen an der seite kann ich das nicht bin so blöd dafür ich bin auch gut als klamotten an kann ich nicht auch in der luft greifen irgendwie mal guck ich meine reflexe an warum mein rücken ist bestimmt nicht gut einfach schön einfach wir springen und so ich habe schon ein bisschen habe ich das spieler schon raus da kommt man natürlich gewinnig wir kommen jetzt eigentlich noch mal wenn du dich schon gehen lässt dann aber auch richtig was ja das wird ein spaß soll ich mir bock das spät zu spielen als finanzter von lorna pflicht sanglieft ultimate atomic buster ja das spiel ich auch noch na ja schönes treffen eine pinke blitz aber probleme mal aber sonst man dann wird sie machen man hat schon los aber sagt man sie bist du eigentlich ich bin auch nicht das doch einfach nicht wahr sagen ja du mich auch dafür geht am hintergrund auch greifen hier hat man ja man war 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 ja war da voll umfährt hey war ja schon wieder da wird mich auch verarschen war noch viel war noch unten was war denn das heißt der dritte gegner ernsthaft am besten trainiert man in der jugend dann braucht man vielleicht leicht muskelmasse soll es geht schon wieder los es ist eine dritte gegner ernsthaft das kann einfach nicht wahr sein bin ich echt so richtig schlecht gibt doch andere die können auch vielleicht muss ich mir echt so ein controller ja so holen dieses keine ahnung man die nennt diesen sticks aber ich kann mir gar nicht vorstellen wenn ich auf den zu rutsche greift er mich da ist auch unfair hey hey was hat das aber warte du gibst du einfach nicht boah ist klar Der ist doch so kacke. Der ist doch so kacke. Ich habe schon wieder einen neuen Hassgegner. Irgendwie sind alles nur Hassgegner. Geh weg. Geh weg, ich mag dich nicht. Sagen, ich mag dich nicht mehr. Boah, geil. Da kommt schon ein eigenes Augengriff. Aua, nein, lass das. Nein. Ich bin das nicht, so. Sack. Boah, sei in der Sicht. Oh, 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 oh. Na, so, was weiter. Boah, geh weg. Jo, ich kann nicht auch greifen, ne? Geil. Einfach schön wegtreten. Boah. Aua. Zack. Boah. Jawoll. Ich muss ja ganz rum machen, stimmt. Deswegen klappt mein Royal Rap nicht. Aber... Ich muss ja so weiter gehen. Mann, nein. 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 Ich war doch vorsichtig. ich mal schon wieder der erste partie von dieser session und es geht richtig hammerlos jammer jammer ich gehe nicht noch ein schwierigkeit darunter nein ich glaube ich auch sehr leicht ich habe mich zwar schon gefunden werde ich blöde kacke bin aber muss er jetzt nicht nur unterste kacke seien ich habe angegriffen dieser verarschen vor allem so krebs hier blocken kann man ja auch da konnte ich noch nie in keinem kampf spielt nein 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 er hat schon wieder auf der gleichen weise gekontert so zum heulen dritter gegner ich möchte noch mal anmerken da jetzt gehen jetzt ging es auch einmal ja super da kommst du näher war ich hab mich noch geduckt das war voll unfair da kann ich werden wenn ich nicht geduckt habe ja ich kann ja das ist unfair macht die ultimate ich krieg die krise aber freut mich mal dahinten an weg nein ich krieg das nicht mit der ulti in einer der konnte hat einfach da kann ich wissen was ich für andere vereint nein das gibt es einfach nicht ja war klar überraschung ich habe jetzt schon gesehen er kann nicht schon wieder so weiter gehen ja egal der weg des ninjas ist auch hart kann nicht sein dass ich immer so viele probleme mit den gegnern haben ich war hier schon meine beste müde ich so kacken bitte antwortet nicht auf diese frage jetzt der typ einen hintern tritt jetzt packe ich mal können aus weil ich die ganze zeit hier versiegelt hatte so auch mehr komm herr mister sie war es und warum raps ja genau das angegriffen direkt abgewährt ich komme an einen mittag und hilf mir er hat es unter wie kann nämlich denn wenn ich mich mein gott machst du jetzt mal er ist so und wir machen auch immer eine gleiche geh weg ich habe mal getroffen vor allem von diesen angegriffen ich habe ich gepennt einen moment ja genau ich will mich eigentlich verarschen du scheiße alter das sah sehr schmerzhaft aus das sah unglaublich schmerzhaft aus sondern ein versuch wird es mir den nerven am ende binden gibt es doch einfach nicht wie kann ich ihn so lange an einen gegner hier verstecken einige mähen sich durch das spiel durch als wäre es nichts und ich komme nicht auf den letzten schwierigkeitsgrad hier durch ein bisschen erledigen der mir vorgenommen eigentlich nur zwei stunden jetzt aufzunehmen ich kann mich schon wieder denken dauert vier stunden ich bin noch nicht mal bei setz wir sind verdammt verarschen ja ist klar wie kann man wie kann man grabs blocken 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 normaler wurf boah ja ja kann ich auch war ok va aber mal nein liegt nicht wenn jetzt so eine projektile attacke ich hab nur das hier verdammt nein ich habe auch gegräbt kann man das den blocken nein leckenstorben arsch idiot man jetzt wollte ich den seiten und jetzt macht ihr das nicht jetzt aber danke nein aber tut er angefangen war okay nein ernsthaft Boah! Wollte ich schon sagen. Oh, ich schaff das doch nie im Leben. Au. Nein, schaff ich nicht. Kann doch nicht wahr sein. Ah, das... Nein! Mein Gott. So, komm her. Da, 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 da! Da, 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 da. Wir füllen wir ab. Da, 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 da. Jetzt, zack, und knack! Und. Ach, da kommt nix. ựcOK. Mann ja, ich verliere. Nein! Nein, nein, nein! Ich will nicht! Nein, bleib, 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 bleib weg! Bleib weg! Bleib weg! Oh, nein. Nein! 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 Mein Gott. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin sehr verzweifelt. Gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Bis zur nächsten Folge.